Hallo YouTube! Ich bin nur ein Stück gelaufen, alles gut. Wir sind wieder bei Dark Souls 2 und ich suche gerade den dritten Boss. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ja. Das war alles, was ich dazu zu sagen habe. Okay. Ja, hier waren wir schon. Ein Member. Ja. Aber... Muss ich wieder da runter? Habe ich da unten was vergessen? Gott, mein Hirn ist so überfordert. Ah. Muss ich hier lagen? Weiß es nicht. Ich mache es einfach. Mir kommt irgendwas hinterher. Oder auch nicht. Sehr gut. Oh. Ah. Doch. Au. Ist das weh? Ah, Loot. Sekunde. Aua. Oh Gott. Zwei ist schlecht. Ich wollte meinen Loot da oben haben. Dann gehe ich halt weiter. Gehe ich da runter? Ich weiß es nicht. Ich gehe wieder hier lang. Ich habe keine Ahnung, woher hin. Ich gehe einfach hier lang. Drachenrast. Ja. Ja. Ich weiß, dass ich hier gewesen bin. Aber konnte ich hier weiter? Wir setzen uns da jetzt kurz dran. Und dann... Gehen wir weiter. Okay. Aber... ... Ja gut. Dann müsste ich ja immerhin nicht so lange nach dir suchen. Gib mir deinen Schwanz! Oder auch nicht. Du kannst fliegen. Ich glaube, das finde ich nicht so gut. Chill. Natürlich. Weißt du doch, ich bin immer heute unterwegs. Deswegen wird es ja auch gerade so heiß. Chill. Au. Das hat weh. Das ist schwer. Ich muss mal abnehmen. So habe ich das nicht gemeint. Oh. Oh. Was ist das? Das hat weh. Das hat auch weh. Ich möchte doch nur deinen Schwanz. Junge Frau, würden Sie bitte landen. Aber nicht auf mich. Ich meine, junger Mann. Es tut mir leid, du bist ein Ehre. Zumindest den Namen nachzuurteilen. Gib mir deinen Schwanz. Dann halt nicht. Ich will doch nur... Ich... Nee, Essen einladen ist nicht. Ich mag es gerne, unromantisch. Ich bin nicht so romantisch. Geht doch! Sexy. Den nicht behalten. Ich glaube, ich mochte ihn nicht. Nein. Stop it. Haha. Bitch. Das war es schon. Ach gut. Dein ist Loot. Joksring. Okay. Ist hier noch mehr Loot? Ja. Ich weiß ja, wie man damit umgeht. War jetzt sehr schnell ausgepowert, der Arme. Das ist aller Loot. War es das schon? Wirklich. Aber der Boss war auch super easy jetzt mal. Ernsthaft. Na gut. Meins. Was soll ich mit diesen drei Kronen? Was bringen die mir? Weil jetzt habe ich ja alle drei. Wenn ich spinne. Was soll ich mit denen? Was kriege ich davon? Mit denen kann man doch bestimmt irgendwas anfangen. Wieder zu dem König vielleicht? Mit dem Kron? Den finalen Boss. Forti, du kannst mir doch nicht erst sagen, der finale Boss, und mir da nicht sagen, wie? Das geht nicht. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal skillen. Und dann gucken wir, wohin ich mit diesen scheiß Kronen muss. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwo muss man ja die nutzen können. I guess. Äh. Frau. Da bist du. Ja, ja. Tja. Riesere Stärke weiter. Ich bin für unsicher. Ja, aber wohin muss ich denn dann mit den Kronen? Die müssen doch irgendwas bringen. Ah, wurscht. Da fahre ich halt Stärke weiter. Ja, eben, der sprach von Kronen. Das habe ich nämlich auch in Erinnerung. Dass der, dass die, was wir zuerst gemacht haben, die Tochter von ihm, oder was auch immer das war, die ganze Zeit von irgendwelchen Kronen gesprochen hat. Deswegen gehen wir jetzt zu ihm, denke ich. Vielleicht soll ich auch mal die Items lesen. Ich glaube, das ist ja eine Idee. Äh. Tja. Die wären wahrscheinlich eher... Sind die hier dabei? Sieht nicht so aus. Oh doch. Versungenen Königs. Äh. Größt versungenen Königs. Die anzies Landregier der Könige richtete die heilige Turme unter der Erde zur Ehren des großen Drachen. Doch das Turm, hohe Bollweg, stürzte kurz nach Erwachen des Drachen in der Stadt ein. Doch dies geschah schon vor langem Zeit. Da erinnern sich niemanden Namen, okay. König des alten Eisenkönigs. Der einst dieses Landregier der König sank unter dem senkenden Eisen nieder. Trau auf den Träger des verbotenen Namen zum Wurzeln sinkenden Erde. Doch dies geschah, bla bla bla. Die hatte ich schon mal gelesen. Ha. Okay. Was soll ich jetzt damit? Frau, kannst du mir helfen? Kannst du mir bitte sagen, was ich mit diesen Kronen soll? Scheinbar nicht. Irgendwas kann man doch bestimmt mit diesem Kronen anfangen. Hm. Der König in der... Ach, ja, das wäre auch eine Idee. Das ist actually eine gute Idee. Ich dachte halt nur, weil hier ein König gewesen ist, deswegen. Äh. Schwarzkrufte, wie die hieß, gell? Wie... Wie hieß die denn? Ach, Krufte und Toten hier. Ich glaube von da aus. Glaube ich. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Schlimme ist, ich hätte das Ding erst... Also hier werden jetzt alle Mobs wieder da sein, weil ich hier erst, äh... dieses komische Feuer benutzt habe. Also... Because... Ich hatte gehofft, dass ich den NPC wieder erwecken kann, den ich offensichtlich getötet habe, um mir Menschlichkeit zu kaufen, aber... Nope. Funktioniert nicht. Oh nein, fuck. Dann... Dann steht der Boss auch wieder, richtig? Scheiße. Oh nein. Ja gut. Ich, ähm... Machen wir den Boss jetzt auf... Mh... Mh... New Game Plus? Ja, scheinbar schon. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Oh, ich hasse mein Leben. Was für ein Gegner war das nochmal? War das nicht, auch ein Samurai? Achso, du warst das. Ein Mendo. Das war dann eben. Okay. Wow. Das tat ein bisschen weh. Warum tue ich mir das an? Ich habe dich eigentlich schon besiegt gehabt. Wieso habe ich dich wieder weg? Was ist falsch mit mir? Oh oh. Chill. Fuck. Das war zu spät. Alter Spiel. Schnell mal. Oh fucking hell. Oh fucking hell. Du vermindest mich damit. Alles klar. Okay. 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 Mann. Scheiße. Jetzt mache ich gerade einen Boss wieder, den ich gar nicht mehr machen wollte. Ein Mina ist ja nicht schwer, aber Elvon hittet mich gerade. So eine Kacke. So ein Mist. So ein Dreck. Mir fallen keine anderen Worte mehr ein. Forti, kannst du mir einen Gefallen tun? Und vielleicht lesen, was ich mit diesen Kroden machen kann, nirgendwo? Nicht, dass ich jetzt total umsonst den Boss hier mache, was ich gerade befürchte. Geh da durch. Beeil dich. Do it. Aua. Aua. Das fand ich so gut. Ist ja gut, ist gut jetzt. Das fand ich so gut. 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 Alter Schwede! Ach, leg mich doch im Arsch! Maaan! Tja, was soll ich dazu sagen? Wehe durch, diese Kacksteine! Dabei wollte ich doch einfach nur noch gucken, ob ich mit diesen Kronen irgendwas anfangen kann, bevor ich zum Endboss gehe. Und ich glaube, wir haben noch einen optionalen Boss, wo ich noch überlege, ob ich das noch machen soll oder nicht. Weil ich einen übersehen habe, das habe ich durch Trago mitbekommen. Oh oh! Oh Gott, war das nervig! Ja! Ach, wo du hier? Oh Gott, das ist hier! Oh Gott! Oh Gott! Ah, leg mich doch mal! Willst du mal aufhören? Ahmet! Uh? Musik Das war's. Alter, schwöre. Ist okay. Chill. Oh, fuck. Ich war zu langsam. Ventric? Wer war Ventric nochmal? Ist Ventric der Endboss? Also der Dude hinter dem Boss, den ich gerade mache hier, oder wie? Hm, vielleicht soll ich Menschlichkeit nutzen. Okay, und was kann ich bei dem machen? Einfach nur die Kron abgeben? Dann mache ich das natürlich, aber... Wie ablegen? Ich werde es benutzen. Ach so. Ja, was soll's. Ich will es trotzdem, wenn möglich, zu ihm. Ist halt gerade ein bisschen dumm, dass ich mir quasi den Weg selbst versperrt habe. Aber... Tja. So ist das halt. Ich habe ja auch halt nicht geahnt, dass ich da hinten nochmal hin muss. Und ich wollte einfach nur den NPC freischalten. Aber Quinn hat mich auch nicht gewarnt. Wahrscheinlich wusste er es selbst nicht mehr. Und Drago war nicht da. Aua. Das hat weh. Ich gehe da durch. Dankeschön. Ich gehe da durch. Ich gehe da durch. Das war's. Das war's. Das war's. Doch, geht doch. Jetzt hab ich ihn auf New Game gemacht, lol. Ja gut. Ja, schön. Aber den mache ich nicht noch mal. Nee, nee, nee. Dich mache ich nicht noch mal. Gänst mich mal. So. Junger König, ich habe ihre Kronen. Ich muss mit dem Kerl reden, oder? Wer der Sir? Was weiß ich? Ich habe die Kronen schon. Ich, ich habe sie schon. Ich, ich habe sie schon. Das ist, das ist eine gute Idee, Forti. Von vier Kronen? Oh nein. Aber es gibt doch nur drei, die ich siehst. Vielleicht meinen sie ja die Krone von dem Endboss noch dazu. Maybe. Weil dann wären es vier. Ja, sein Text ändert sich, deswegen warte ich gerade, was er alles zu erzählen hat. The Abyss once had form, but then dissipated. And yet, traces of its existence endured. Each fragment, thirsting for power, spread dark with no relent. My dear Chandra was one such fragment. Oh. A feeble, tiny thing, but thirsted for power more than any other. Driven by insatiable lust for a worthy vessel. Chandra war, glaube ich, die, die wir in den einen, die sie gesehen haben. Das Mädel, oder? Ich habe auch seinen Übersprung. Ich ziehe jetzt mal eine der Kronen auf. Scheint sich aber nichts zu ändern. Aber es sind doch nur drei, die ihr siehst. Oh, ändert sich nichts. Ha. Jetzt bin ich leicht überfragt. Muss ich gestehen. Rein theoretisch. Können sie ja damit eigentlich nur meinen, dass, äh, der Endposter an die letzte Krone geht, oder nicht? Weil von ihm habe ich keine Krone bekommen, das weiß ich noch. Oder? Ich habe von ihm auch nicht meinen Schlüssel bekommen, oder so einen Scheiß. Wie heißt denn die letzte Krone? Hm. 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 Schreien von Armana hinter der zweiten Bohnfeuer, okay. Sind es doch vier, die ihr siehst, oder wie? Oh, nee. Heißt, ich muss den König jetzt nochmal töten? Das wird aber ziemlich schwierig. Nein. Okay. Ähm. Hey, Drago. Schreien von Armana. Zweites. Boah, ich hoffe auch nicht, Forti, weil das wäre jetzt richtig ärgerlich, muss ich gestehen. Ein bisschen durchgeduckelt, was ist denn das für ein Wort? Okay, eine Tür soll da sein. Wo soll denn hier eine Tür liegen? Wir sind noch nie im Leben irgendwelche Türen. Wo soll denn hier eine Tür sein? Achso. Oh. Nein, du bist okay. Wo zur Hölle soll denn hier eine Tür sein? Forti! Ich bin verwirrt. Blöde Bild. Weil hier ist ja alles offenes Gebiet. Hier sind noch keine Türen. Fahre ich mal zum dritten. Weil da ist doch nirgendwo ein Durchgang gewesen. Ja, mach das. Es gibt wohl die Tür. Warte, Wurzeln. Ich wüsste bei bestem Willen nicht wo. Ähm, es geht darum, ich habe jetzt alle drei Kronen, aber mir fehlt wohl eine vierte. Aber es gibt ja keine vier, die ich siehst. Ich weiß, ich habe wohl irgendwo eine Kronen übersehen. Und ich brauche wohl alle vier Kronen. Aber ich weiß nicht, wo ich die letzte herkriege. Eine wahnsinnige Ranken, dahinter liegt die in einem offenen Gebiet. Ich weiß sogar, wo Ranken sind. Aber da war nur so ein Zyklop immer. Der Hinterführe ist ein langer Steg. Ranken. Das sind die einzige Ranken, die ich weiß sind, da vorne. Diese Ranken hier? Weil ich weiß nur, dass hier die Stelle so anders aus ist, okay. Aber im ersten Gebiet, in der Nähe von dem Leuchtfeuer, richtig? Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo Ranken finden. Drago, lass mich in Ruhe! Mann! Ich weiß doch! Oh, Tübe! Was ist denn da hinten? Ja, ich hab die hier auch lief! Arsch! So. Hm. 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 Ranken. So, also... Tja. Ein langer Stieg. Ich weiß, das war hinten... Da hab ich nämlich auch mein letztes Ding herbekommen. Aber da waren keine Ranken. Und auf dem Steg komm ich, glaub ich, gar nicht hoch. Kann man da hinten hin? Da seh ich mich auch Ranken. Hm. Boah, ich sehe gerade, ich übelst viele Punkte habe. Und ich die nicht verlieren sollte. Bestenfalls. Die Ranken davor, ne? Der steht hier. Das sieht irgendwie richtig aus. Hab Angst. Ah. Ah. Und hier ist ne Krone. Einfach so. Königssäle. Hä? Hä? Und was soll ich jetzt mit der? Soll ich jetzt wieder zu dem König zurück? Ich bin so verwirrt. Aber hier ist keine Krone. Ich hab nur ne Königssäle bekommen. Wie du siehst. Weil ich meine die auch eigentlich... Ach, hier geht's ja doch weiter. Ich bin blind. Vergiss nicht, die Brille ist Deko. I'm sorry. Ah. Königskrone. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ich bin blind. So wie immer. Aber gut. Dankeschön, Forti. Und jetzt kann ich wieder damit zum König. Richtig? Ich will mir die Krone jetzt aber angucken. Mensch und danger. Ach, hier. König... Krone von König Vendrick, den König von Tram Lake. Warum ist die hier so random in nirgendwo? Aber gut. Wie wird man zum König? Einige sagen durch Geburt, andere sagen durch Schicksal. Vielleicht ist es aber auch ein Berlanglose, solange der König sein Volk zu allen vermag. Ja. Okay. Ich habe eine Königskleidung bekommen. Ich will wissen, wie die aussieht. Ah, hier. Königsrüstung. Oh. Oh, hübsch. Ist klein, sehr schick. Ne? So. Ich würde nur, dass meine viel besser ist. Okay. Achso. Gut. Macht nichts. Ich habe es noch gesehen. Trotz dessen, dass meine Brille nur Deko ist. Passt. Ja, mit Pech darf ich jetzt den Kerl wieder töten. Richtig? Ist das ätzend. Ja, wie finaler Boss. Ich kann jetzt zum Endboss, oder wie? Oder soll ich jetzt nochmal zu dem König? Also zu seiner Seele, oder? Wie, was, wie, wo, was? Ich bin so verwirrt. Der geheime Endboss. Achso. Ja, gut. Muss ich dafür jetzt zum normalen Endboss gehen? Muss ich dafür jetzt nicht zurück zu diesem Kerl? Also ich werde jetzt trotzdem zu ihm gehen, weil ich weiß nicht, ob er irgendwas Interessant zu sagen hat, aber... Ja. Machen wir. Sonst reden wir mal noch mit ihm. Da sind wir fast durch. Oh mein Gott. Ich habe das Grauen bald hinter mir. Wann kann der endlich Dark Souls 3 anfangen? Könnt ihr es kaum erwarten? Ich kann es kaum erwarten. Ich werde das zwar wahrscheinlich nicht mehr heute machen, aber nächstes Mal! Dark Souls 3! Woo! Oder so. Na, 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 na. Rago? Was soll denn, hm, heißen? Willst du mir Panik machen? Sag was! Ich will kein Gegacker hören und dann nicht hören, wie du das Ei legst. Los, tell me. Was hast du zu sagen? Erzähl mir alles. Tag. Ich drehe nicht durch. Ihr dreht durch. Gedenk an die Kühne. Erzähl mir alles. Ein Tag, der Feuer schreit. Und Dark wird eine Kürze sein. Menschen werden von der Todes. Erzähl mir, dass es eternisch ist. Dark wird wieder sein. Und in unserer Kühne, wir können die falschen Lägen von Yor. Nur. Ist das unsere einzige Wahl? Oh, 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 okay. 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 Okay, schmeiß mich einfach raus. Ist okay, ich wollte eh nicht mehr mit dir reden. Arsch. So. Die Krone, irgendwas mit Hitze. Okay. Ja, es ergibt alles Sinn. Irgendwie sind die Krone jetzt zu einer Krone geworden oder so. Das war ja das, was ich jetzt daraus verstanden habe. Oder auch nicht. Ich bin so verwirrt. Was hat mir das jetzt gebracht? Hä? Oh, die Königskrone, wirklich? Krone von Vendrik, vielleicht auch Belanus, bla 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 bla. Okay. Wisst ihr was? Dann machen wir es jetzt schon offiziell. Nimm ich halt einfach alles. I guess. Seht ihr? Ich bin wunderschön. Okay. Gut. Alles klar. Ich muss noch in den Wald. Da fehlt mir nämlich noch ein Boss. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube an der Stelle. Wir könnten vielleicht auch noch ein bisschen was hoch machen oder so. Ja, ist halt richtig dumm. Ich dachte auch gerade so. Vielleicht kriegt ihr irgendeine Veränderung, aber gut. Ich glaub dir jetzt einfach mal, dass ich jetzt nichts mehr verliere. Aber der Umhang gefällt mir. Ui. Okay. Dreh ich durch? Ja, vielleicht ein bisschen. Alles gut. Ich mein, wenn ich mich kenne, muss es ja ganz einfach nicht sein. Dass ich verrückt bin. Okay. Dach. Meine Scheiße, irgendwas. Wahrscheinlich nicht. Warum ist das hier noch zu? Wieso hab ich das Item da drin noch nicht? Warum vergesse ich sowas immer? Ach, von da oben. Okay. Fuck. Aber Drago. Wenn ich Dark Souls 3 durch habe, dann kann ich Dark Souls 1 Platin endlich machen. Das ist doch auch was. Ach. Würden wir bitte. Okay. Oh. Knochenstaub. Damit kann ich doch meine Estos erhöhen. War das nicht so? Ich entsinne mich an irgendwas. Ja, eben. Man sieht doch, ich bin der König. Warum wäre ich angegriffen? Treulose Tomaten hier. Frechheit. Hau mal. Sag mal, kannst du aufhören? Wie geht die mit eurem König um? Shame. Ich glaube, das war die falsche Brücke. Ich glaube, ich wäre auf die Brücke da unten. Meist. Meist. Aua. Aua. Dankeschön. Sicher? Also, ich will noch einen anderen Boss kurz dazwischenhauen. Dann können wir zum Endboss. Weil ich will eigentlich auf die Brücke da hinten. War das nicht von hier? Weil ich durch Trago weiß, dass ich da hinten noch einen Boss habe. Irgendwie. Und wenn schon, dann denn schon und so. Ach, ich erinnere mich. Hier waren diese furchtbaren Gegner. An denen ich jetzt einfach vorbeirenen werde. Bye. Yo, bye. Fuck. Jetzt sehe ich immerhin, ob die Krone funktioniert. Ich habe nicht gesehen, dass ich da springen muss. So ein Mist. So. Tatsächlich. Ich habe scheinbar nichts verloren. Oder? Das sieht gleich scheiße aus. Dann nochmal. Weil es gerade so lustig gewesen ist. Ja, so ist es. Das Internet hat man nicht gelogen. Jetzt habe ich so viel fucking Menschlichkeit gefahren. Wofür? Für nichts. Genau. Also, ich glaube, es ist einfach da. Ich glaube, es ist einfach, oder? Nee, warum denn noch? Ist ja eigentlich wurscht, oder nicht? Hallo, Darkie! Chilt! Chilt einfach! Okay, chillt. Alter, schön, ist das knapp. Das war alles geplant. Na, wie geht's dir? So, diesmal vielleicht nicht runterfallen. Ich hab nicht gesehen, dass da Löcher sind. Natürlich. Was denn noch sonst? Woher, zur Hölle? Au. Ich will da nur durch, lass mich in Ruhe. Bye! Bye! Warum sorry, Mika? Aber hallo, Waifu! Trage ich ja keine Ahnung mehr, was ich hier machen muss. Oh, das ist auf jeden Fall nicht. Okay, das war knapp. Nope. Nope. Ich weiß, hier war ja irgendwie ein Hebel oder so. Aber mehr erinnere ich mich nicht. Nope. Au! Doch. Nope. Würdet ihr bitte ein bisschen Ruhe lassen, wollte ich gerade sagen. Würden sie bitte... Oh mein Gott, stop it! Okay, okay, okay! Help! Ähm, nein. Böses Pferd. Ganz böse. Ich hätte ja funktionieren können. Hätte, hätte, Fahrrad hätte. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ein fucking Hit. Da, Bitch. Könnt ihr mich bitte mal in Ruhe lassen? Was ist falsch mit euch? Warum wäre ich hier immer wiederbelebt? Meine Fresse! Oh. Deswegen. Was ist das denn eigentlich nicht? Sag mal! Könnt ihr auch noch? Aua. Aua. Das Dead zum Einzelhöhlen? Warum sollte ich das, Porthy? Also, ich kann nicht gerne machen, aber warum? Kannst du mir das kurz erklären? Achso. Ja, du hast recht. Aber mir wurde halt gesagt, dass ich schon am Hardcap dran bin mit 40. Deswegen habe ich nicht weitergeskillt. Warum geht's hier weiter? Das verwirrt mich. Ich dachte, danach kommt nix mehr. Was zur Hölle ist das hier? Oh. Hey. Moment. Ich rede gleich mit dir. Ja. Ja. Es ist Lagerfeuer. Ist gerade wichtiger. I'm sorry. Wir reden gleich. So. Jetzt. Entschuldigung. Ja, stimmt schon. Ich weiß nicht. Will ich Blut? Von mir aus. Ich habe keine Ahnung. Was zur Hölle ist in der Alma? Ja, klar. Okay. Ich liebe Blut. Ah. Ja, ich denke auch, das ist ein Eid. Deswegen mache ich es ja gerade einfach. Ah, Blutsbruderschaft. Ah, PVP Eid. Ja, dann bringt es mir ja eh nix. Okay, bye. Ist das eine Wand, die man anklicken kann? Die sieht so auffällig aus. Ja. Okay. Na gut. Dann gehen wir jetzt killen. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ach, gibt einer noch schief? Fuck. Mann, Draco. Man sagt schon. Hallo. Okay, ich mache euch gleich. Gib mir eine Sekunde. Ja, ja. Ja, ja. Ich will mich an deinen Arsch schnüpfen. Das sieht so aus. Hm. Ja, gut. Wie hieß der Scheißort nochmal? Wo zur Hölle war ich gerade? Da. Hier. Glaube ich. Ja, stimmt schon. Ich habe es kurz vergessen. Ich kann den Adja jederzeit wechseln. War das nicht so? Da, bla, 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 da. Oh, fuck. Ja. 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 Dankeschön. Krieg ich noch irgendwas von dir? Oh, cool. Ich bin der König. Natürlich wäre ich gut dienen. Warte mal. Die macht für mich gar keinen Sinn. Okay. Okay. Oh. Oh. Okay. Interesting. Okay. Okay. Habe ich irgendwas vergessen? Bevor wir jetzt zur Endboss gehen, habe ich was vergessen? Tell me. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe? Oder können wir jetzt einfach zum Endboss gehen? Ich habe ja jetzt alle Bosse von den allen DLCs. Habe ich irgendwas vergessen? Wohin zur Hölle muss ich überhaupt nochmal? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, ja. Habe ich gestern gemacht. Das war dieser Boss, der aus drei Feinden bestand, richtig? Ich habe überall alle drei Bosse gemacht. Also jeden DLC habe ich immer drei Bosse gemacht. Mehr gab es ja nicht. Es waren immer drei Bosse, wurde mir gesagt. Ich habe also rein theoretisch alles fertig, aber nicht. Ich weiß nur nicht mehr, wohin ich muss. Wo zur Hölle war der letzte Ort? Wo das Spiel beendet ist? Ich weiß es nicht mehr. War es der Drachenhorst? War es hier? Ja. Tell me why ain't nothing but it's not it. Tell me why ich habe keine Ahnung, wo ich gehen muss. Tell me why ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe keinen Plan. Ich glaube, es war das Schloss. Irgendwo vom Schloss. Ich habe keine Ahnung. Von hier auf jeden Fall nicht. Drago. Sir von zu Drago. Den Namensbesitzer ihres Amtes. Würden Sie mir bitte kurz sagen, wo ich mich hin porten muss? Ich habe nämlich keine Ahnung mehr. Wo zur Hölle war der Endboss? Ich war schon ewig nicht mehr Richtung Endboss. Ich habe keinen Plan mehr. Überhaupt nicht. War es nicht von Schloss Dran Lake? Ich habe keine Ahnung mehr. Was ist von hier? Was ist durch die Tür? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, es war von der Tür aus. Glaube ich. War das nicht irgendwie da lang? Ja, Königstür. Muss es die hier sein? Los, mach auf. Ich bin der König. Ziehe meine Rüstung und meine Krone. In dem Fall eher Königin. Aber scheiß drauf. Mach auf. Kommt dann der Zusatzboss einfach nach den... Also den, 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 wo Forti gesagt hat. Oh, 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 hey. Okay. Schöner Name. Okay. Okay. Schöner Name. Das Jahr war jetzt einfach dazu, dass dann der Zusatz Endboss quasi nach dem Endboss kommt. Also ich hab jetzt alles dafür, ja? Ich hab jetzt nix dafür vergessen. Weil sonst ärgere ich mich. Übelst. Okay, danke. Okay. Gut. Dann... würde ich sagen... Here we go. Gehen wir sterben. Ein paar Mal. Warum sind hier so viele Leute gestorben? Warum sterben hier so viele? Was macht ihr denn? Ach, runterfallen. Achso, noch mehr runterfallen. Ja, gut. What? Why? Okay. Drago, kannst du das bestätigen? Ich hab Angst. Ich will das nicht alles nochmal machen. Okay. Okay. Oh Mist. Gott. Ich krieg Panik. Panik. Warum... Warum wollen jetzt hier so viele Rufssymbole? Ich brauch euch nicht. Ich schaffe das alleine. Den Luchs. Thronmächter. Thronverteidiger. Alles klar. Dach. Aua. Aua. Chill. Aua. Mache ich vielleicht ein bisschen viel Damage? Ja, vielleicht. Okay. Junge Dame, hörten Sie bitte. Und zwar sterben. Dankeschön. Hallo Zero. Es sieht aus, als müsste sie ziemlich schnell beieinander töten, habe ich das Gefühl. Weil sie sitzt da gerade. Das macht mir Gedanken. Äh. Stop it. Nein. Stop it. Ja. Bitch. So ist das. Ich bin hier der König. Ich bin hier der König. Ich bin hier der König. Okay. Oh, okay. Oh, fuck. Ja, gut. I'm sorry. Oh, meine Punkte. Frau. Hast du mal daran gedacht, dass ich die vielleicht behalten wollte? Kannst du aufhören, mir das Leben abzuziehen? Ist ja unerträglich. Frechheit. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, gut. Der hätte ich vielleicht weggesollt. War ich nicht. Und ja, Nitos Frau kommt gut hin. Dann nochmal. Mach auf. Ich bin der König. Ich bin der König. Ich bin hier rein. Ich bin der König. Halt noch. Ja, tatsächlich geht der Boss weg. Die Frage ist jetzt nur, muss ich die zwei anderen davor immer wieder töten? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil ich hätte bisher Punkte für die bekommen. Sonst könnte man die ja voll abfarben. So quasi. Du hast bei den 59 Versuch... Nicht schlecht, Darkin. Nicht schlecht. Ich hoffe, so lange werde ich nicht brauchen. Mich interessiert jetzt viel mehr, ob ich danach den anderen Boss dann noch kriege. Ich habe ein bisschen Angst. Dass ich den sonst verpasse. Aber ich vertraue Forti. Klappen. Meine Punkte! Oh mein Gott. Junge Dame, würden Sie bitte auch für mein Leben abzusaugen. Würden Sie da vorne wirklich wegkommen? Ja, kommen Sie zu mir. Seid ihr zu mir und nicht mit Blasern? Ja. Bitte kommen Sie zu mir. Heute noch. Du bist scheiße. Und du machst verdammt viel Damage. WTF? Geh ich halt hin und zurück. Ist mir auch egal. Das macht mir gar nichts. Ha. Dein scheiß Absaugen ist weg. Ja. Das siehst du mal. Oh. Okay. Ich mache keine Explosionen. Hallo, Sleepy! Na, Jean Rasene. Schön. Okay. Darf ich nochmal zurück? Ja, weil ich nicht stehe. Ich bin zu ungeduld und renne ganz auf den Kreis. Ja. Ich bin hier. Wofür? Oh mein Gott. Oh, hey! Na? Ich habe keine Ahnung, Laki. Ah, ist das der Zusatzboss? Was für eine Attacke machst du da? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich Angst vor dem Treue haben sollte. Weht her. Chill halt. Deine Hoden, auch wenn du keine hast. Du tust trotzdem. Okay, 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 okay. Okay! Ich habe verstanden. Werden mich Freunde und... Alter, machst du Damage! Stop it! Nein! 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 Mami! Ich will nach Hause telefonieren. Ja! Ja, irgendwie natürliche. Ich brauche dich halt. Du weißt scheiße. Nein. Nee. Nee. Nein. Nee. Kannst du mal aufhören? Kannst du mal aufhören, so komisch zu brennen? Okay. 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 Okay, das tat weh. Ein bisschen. Unminimal. Das habe ich fast gar nicht gespürt. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss mich ganz schnell heilen. Ich glaube... Fuck. Ich muss mich wirklich wieder heilen. Fuck. Fuck. Ist okay. Ich versuche mich einfach entgegenzuhalten. Wortwärtlich. Er brennt mich gerade viel zu sehr. Chill. 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 Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Oh Gott, das könnte mein Tod werden. Weil ich zu gierig gewesen bin. Stop it. Stop it. Mann. Mann. Ich war zu gierig. Es tut mir leid. So ein Mist. So ein Kack. So ein Pup. So ein... Keine Ahnung. Ich heiße dich. Mach die Tür auf. Ich bin dein König. Ja, ich habe halt nicht damit gerechnet, dass das Feuer ihn so übel schützt. Sonst hätte ich mich natürlich... Sonst hätte ich einfach abgewartet. Aber... Ich war halt gerade so ungeduldig. Super. Super. Super, super, super. Dann machen wir es jetzt nochmal, dann haben wir das Spiel hinter uns. Das ist ein Wunder, oder? Das wird dann zwar eine überlange Folge, weil ich werde es bestimmt nicht in zwei schneiden, aber scheiß drauf. Ich will meine Funke erst haben. Ich habe sie mir hart erfarmt. Eigentlich nicht, aber... Ich habe sie mir hart erfarmt. Kannst du dein Feuer mal bitte wegmachen? Das ist scheiße. Das... In dieser Jahrtausend bitte noch. Du bescheißen. Das ist scheiße. Na, ob ich nun doch mal wegkomme? Natürlich nicht. Okay. 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 Is my still there? Okay, okay. So. Ich kenne ihn aus. Ich glaube, das funktioniert nicht so. Mir fehlt leider dafür etwas. Okay. Was weiß ich? Keine Ahnung, mach mir den Weg auf. Will ich erst killen gehen? Will ich erst killen gehen? Mach ich das jetzt noch? Will ich erst killen gehen? Ach egal. Ach egal. Ach egal. Wie geht das? Ja, ich weiß gar nicht. Ich sage das schon. Wenn ich ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist deine Wahl, um es zu erinnern oder zu erinnern. Geheimnis, Geheimnis. Was liegt voran, nur du kannst du sehen. Okay, ich dachte, ich kann mich jetzt für irgendein Ende entscheiden, aber I guess not. Ja, ohne Scheiß. Wir haben Dark Souls 2 endlich beendet. Oh mein Gott. Das hat ja auch lang genug gedauert. Ich habe mich entschieden. Wie habe ich mich entschieden? Indem ich das Ding angekriegt habe, oder was? Ah. Ja, egal. Egal. Was soll's. Ich meine, wir haben Dark Souls 1 auch schon das Feuer quasi embrace. Das ist von dem her. I mean. Scheiß drauf. Ich kriege wahrscheinlich keinen Zusatz. Irgendwas mehr, oder? Was ich jetzt noch oben in dem Video lassen muss. Aber, um noch was abschließend zu Dark Souls 2 zu sagen. Ich habe ja zwischenzeitlich ganz schön über das Spiel gemeckert, weil ich ja diesen Bug hatte und gedacht habe, es würde zum Spiel dazugehören. Jetzt, wo ich aber weiß, dass es halt nicht so ist, habe ich natürlich wieder ein besseres Bild von dem Spiel. Ich finde, dass Dark Souls 2, auch wenn es sehr, ja, wie ein bisschen wie ein Kaugummi ist. So ein zäher Kaugummi. Das ist das Einzige, was mich in dem Spiel stört. Ist halt wirklich diese unendliche Mob überall hinstellen. Also, dass die Wege zu den Bossen teilweise so unerträglich gewesen sind. Aber ansonsten ist das Spiel halt trotzdem ein gutes Spiel. Kann man sagen, was man will. Nur ein bisschen langgezogen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es kam mir irgendwie an manchen Stellen so vor, wo ich gedacht habe, ja, aber eigentlich könntest du langsam mal Richtung Ende gehen spielen. Ich habe jetzt keine Ahnung. 40 Stunden oder so gehabt? Ich weiß es nicht. Also, deutlich länger als Dark Souls 1. Deutlich länger. Ich habe Dark Souls 1 irgendwie nur von 20 Stunden oder so gespielt. Plus DLC, muss man dazu sagen. Ich meine, gut, hier waren es drei DLCs, aber trotzdem. Sonst, gutes Spiel. Ja. Sag ich ja, es ist einfach so unfassbar zäh. So langgezogen. So. Ich weiß auch nicht. Daher bin ich dementsprechend gespannt, wie es mit Dark Souls 3 aussehen wird. Aber ja. Ich würde jetzt erstmal hier YouTube zu sagen. Tschüss YouTube. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ciao. Ciao.